Das kam unerwartet. Ich wollte gerade die Verlosung machen und habe gemerkt, dass der Random Comment Picker, den ich genutzt habe, plötzlich umgestellt hat und die Auswahl des Hashtags einfach mal plötzlich Premium ist und dafür würde ich dann einen monatlichen Beitrag zahlen. Und da habe ich gedacht, komm, das machen wir jetzt im Moment noch nicht und es gibt genug andere Anbieter und ich habe das hier auch schon getestet. Deswegen kommt jetzt die Verlosung. Wir losen erstmal das For Free aus, bei dem es Unshaded, gestiftet vom Revenger, glaube ich, genau. Zu gewinnen gab, ist also eine kurze Sache. Das ist der Dingens, der, ja, der Ding. Dann Keyword Filter, dann schreiben wir da rein, Unshaded und machen. Der hat vier Kommentare geladen und Unshie hat gewonnen. Dann schreiben wir da mal Unshie rein. So, nächstes ist das Scary Games Bundle. So, super. Muss ich gerade noch mal reinschauen, kleinen Moment, weil ich habe mir die Hashtags nicht aufgeschrieben. Also wir machen es erstmal. So, wir machen hier noch mal F5. So, zack. Dann schauen wir ganz kurz mal die Hashtags. Hallo, lade bitte. Ja, ja, ich weiß. So, ah ja, das war Blackout Club. Das war Blackout. Fangen wir damit mal an. Das ist nicht ganz so komfortabel wie das andere. So, so, Fetch. Keyword. Aber wir müssen es ja machen. So. Null. Warte. Blackout. Nochmal. Zurück. Wow, 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 wow. Das wird jetzt ein bisschen schwierig. Also nochmal. Zack. Aha. Keyword Filter. Kopieren. Blackout. Ohne Leerzeichen. Egal. Acht. Besser. Okay. Das ist unangenehm eigentlich jetzt, ja. Venter Grasus. Dann nicht da hin, sondern beim Blackout Club. Und bei Visage. So, zack. Äh, ja. Können wir da irgendwie zurück. Ah, super. Ja, das ist ein bisschen aufwendiger. Ich gebe es zu. Aber es ist jetzt ein Schnellschuss, weil ich möchte ja die Verlösung machen. Das mit dem Premium beim anderen überlege ich mir tatsächlich noch. So. Ja. Und Visage. Ohne Leerzeichen, damit es auch funktioniert. Ah, ja, hier. Zehn Comments, genau. Nochmal die Angie. Okay. Hey. So. Dann Best of Boomer Shooter. Und zwar haben wir hier zweimal Forgive Me, Father. Nein, nicht das. Father. Ich wollte gerade den Key reinhauen, dann hätte ich alles wieder neu machen müssen. Keyword. Father. Bin gespannt. 12, ne, 4. Achso, er hat 12 durchgegangen, ja. 4 Pick a Winner. 1. Pommes. Pommes. Klingt realistisch bis jetzt. So. Können wir noch einen. Ja. WM at Gmail. Ist gar nicht so schlecht, das Programm. So. So. The Citadel. Müssen wir wieder zurück. Nochmal dieses Video. Citadel. 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 Ich werde wohl wieder auf die Suche gehen, weil das da gefällt mir nicht so gut, aber es funktioniert. Mhm. Dann habe ich auch zwei Keys. Nochmal WM. Und Tina. Das sieht aber schon ganz random aus. So. Dann. Nochmal neu. Nochmal. Boomer Shooter. Ähm. Wrath. War, glaube ich, auch Wrath, ne. Da muss ich jetzt echt gucken. Bam, bam, bam. Da waren, weißt du, wenn es zu einfach wird, ne. Ja, es war Wrath. Das kopiere ich dann hier raus. Wenn er mich denn lässt. Er lässt mich nicht. Ich wollte da nicht draufklicken. Geh zurück. Bitte. Bist du bitte ruhig, Milky. So. Aha. So, Wrath auch zweimal. Pavel. Pavel. Und nochmal WMG-Mail. So. Und dann noch als letztes der Reaper. Nein, das ist kein Zuschauer. Das Spiel heißt so. Hm. Reaper. Nein. Ja. Und Reaper nur einmal. Der Pavel. So. Dann haben wir for free. City Legends. Ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam. Aber egal. Ähm, 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 ähm. Nein, nein, nein. Ja. Müssen wir auch nochmal gucken. Ich war nachlässig. War auch wieder ein bisschen viel zu tun auf der Arbeit. Jawohl. Deswegen. Ja. Legends. Wird so nicht funktionieren. Wiederzeichen weg. Zwei Kommentare nur. Jetzt gucke ich mal ganz schnell sicherheitshalber, ob ich wirklich nur zwei. Es gab auch nur zwei Kommentare. Drei Kommentare. Ja, drei. Jawohl. Ne, tatsächlich. Absolut korrekt. KS. Jawohl. So, und dann das Discovery Bundle. Genau. Ja, das waren auch alles nicht so die Bringer, muss man sagen. Auch da habe ich mir die Hashtags hier nicht reingeschrieben. Das ist wunderschön vorbereitet. So, mhm. Gut. So, das war Eternal Edge mit Edge. Und jetzt haben wir einmal. Nesjop. Also, ich muss sagen, die üblichen Verdächtigen sind alle dabei. Sieht eigentlich aus wie immer. Und dann noch Double Kick Heroes. Da habe ich Kick. Nicht die Kleidermarke. Äh, also das Geschäft. So. Achso, ne, kann ich ja noch gar nicht. Warte. Äh, F5. Ne, nochmal zurück. Zack. Das mache ich jetzt mal selber. Kick. Und der Pavel. So, da das Ganze jetzt schon ein bisschen knapp ist von der, ähm, Zeit, ja. Warte mal, ich gehe mal hier auf, 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 äh, blö, 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 blö. Das da. Jawohl. Ähm, ja. Werde ich die, ähm, Keys erst heute Abend rausschicken, die Mails. Ähm, ja. Und ansonsten, ich muss noch mal ein bisschen recherchieren, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass mein neues Lieblingstool sich plötzlich umändert. Äh, und da kommt es auch drauf an, was ich in Zukunft alles machen möchte, weil so richtig komfortabel ist es hier natürlich nicht. Das war jetzt nur ein Schnellschuss. Ja. Aber auf jeden Fall, Gewinne gehen raus. Glückwunsch an die Gewinner. Macht's auf jeden Fall gut. Danke fürs Zuschauen. Und unbedingt, ich muss es sagen, es ist mir wichtig, mal bei Bumas Guide auf meinem Milky3-Sex-Kanal reingucken, ob es euch gefällt und wenn nicht, warum nicht. Okay, danke euch, also alles Gute und ciao.